Hallo Filou, bist du auch so platt von dieser Hitze? Ja, hier liege ich. Ich kann nie mehr. Ich habe jetzt ein Stück Ende gekriegt und ich warte noch auf mein Abendessen und dann ziehe ich mich in meine Gemächer zurück. Filou, ist das so? Guck mal, ach gut, ganz müde ist er, gell? Ist auch nicht unbedingt Pinscherwetter, Leute. Ist einfach zu warm, gell? Ja, dann ruhe ich mal noch ein bisschen aus, mein Junge. Bald gibt es Abendessen. Ja, wir wünschen euch allen noch einen schönen Abend. Tschüss!